da sind wir beim nächsten deck tag und ich habe ich mitgebracht blue dredge dredge ist übrigens das erste deck was ich hier jemals auf dem channel als decktag gemacht habe damals noch richtig 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 schlecht und ich hoffe das wird besser die leute die mich schon lange abonniert haben wissen das und wenn nicht könnt ihr langsam abonnieren und dem die video dann später einen daumen hoch geben wenn ihr es cool fand ich habe das deck mal liebevoll blue dredge genannt es ist halt ein dredge deck mit blauen und schwarzen ländern drin das ist ungewöhnlich normal ist es dredge immer ein rainbow deck oder ein malerless deck oder ähnliches aktuell läuft die version rum in blue black dafür spielen wir flooded strand fetched für blau misty rain forest fetched für blau polluted delta fetched für blau warum fetchen wir nur für blau wir haben eine insel zwei inseln drin wer sich interessiert können wir pausieren das sind die regeltexte für in eine insel jeder judge liebt diese länder dann haben wir drei undergrounds drin sind duels die tappen für blaues oder schwarzes mana machen darum das schwarz und dann haben wir noch cephalet colosseum erst kann man tappen für ein blaues kriegt schaden oder tappen man mit zwei blaues mana und zieht drei karten wirft drei karten ab oder gegner macht das und das kann man nur machen wenn man sie oder mehr karten im friedhof hat so das war die mana basis nichts grün nichts nichts rot gar nichts wir spielen blue and black die erste karte ich euch zeige ist weder blue noch black denn wir gucken uns die dredge an wir haben vier geil gab trolle fünf mana 0 0 kommen mit einer plus 1 1 mage ins spiel für jede kreatur im friedhof das passiert sehr selten für ein mana remove wir eine plus 1 mage von ihm und regenerieren den das passiert noch viel seltener oder wir dredgen für sechs dredge bedeutet statt eine karte zu ziehen können wir die obersten karten unseres decks gleich der anzahl an karten die da draufstehen in friedhof legen um diese karte auf die hand zu nehmen super starke mechanik dafür großartig wir dredgen sechs karten neben denen aus dem friedhof zurück auf die handen alle sind glücklich außer der gegner der weint dass wir so starke karten spielen dann haben wir stehen guter drei mana 1 2 fliegend und wenn er schaden zufügt also im endeffekt hat er der touch und dredge fünf wichtig ist hierbei wirklich nur die dredge zahl und wer sich wundert warum ich so komische versionen von den karten spiele ich habe damals mir das golgari gegen isa deck mit meinem besten kumpel geteilt ich habe vier stück bekommen er hat vier stück bekommen und daher sind die karten tatsächlich noch dementsprechend der hammer dann haben wir noch golgari zack zuck 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 zwei mana 1 1 wenn das spiel bekommt legen wir ne wenn er stirbt legen wir eine kreatur aus unserem friedhof wieder aufs deck mit dredge vier auch das tun wir faktisch nie ganz 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 selten so wir wollen einfach nur dredge vier haben das sind die höchsten dredger die wir haben die gleichzeitig auch schwarze kreaturen sind oder grün wenn es sein muss denn wir spielen auch drei jurids vier mana 3 1 eile der wird im endeffekt geopfert und wenn der im friedhof liegt zu beginn des versorgungssegments können wir eine schwarze kreatur aus dem friedhof exilen und den aus dem friedhof ins spiel bringen wie gesagt am ende ist es wieder geopfert ich habe einen deutschen zwei englische das deck ist alt die karten daraus besitze ich schon ewig und dementsprechend passiert das öfter glaubt mir und ja ganz coole karte damit können wir eben auch golgari zacks rausnehmen eine weitere payoff karte ist in den nachkommen über habe ich jetzt mal endlich einheitliche und zwar die aus dem falschen set meiner meinung nach zwei mana 1 1 fliegend wenn sie vom deck in friedhof gehen dann kommen direkt spielen hiermit melden wir karten von unserem deck in unseren friedhof wir können die karte auf die hand nehmen wir melden den akum über sie kommt das spiel value schritt 1 dredge schritt 2 value so einfach ist das dann haben wir noch eine sehr sehr coole adaption aus am monarison 2 und zwar den guten grief ist eine 4 mana 3 2 menace die wenn sie ins spielfeld kommt wieder die hand des gegners ansehen ohne karte von exilen können das gut gegen dredge oder gegen andere komische gravestite sachen und wir können halt eine schwarze karte exilen den kommen müssen wir kein mana dafür bezahlen da kommt ihr ins spiel hat den effekt und wird danach geopfert das geopfern ist sehr sehr mächtig weil erstens geht der in friedhof für ich wie red zweitens haben wir eine karte in unserem deck da kommen wir gleich zu die jedes mal wenn wir karten an friedhof kommen dann token generieren und schritt 1 dredge schritt 2 value so was wir noch haben ist eine monarison 1 karte hogark artisan necropolis 7 mana 8 8 mana kann nicht ausgegeben werden um den zu kasten der kann convoke und delve das bedeutet wir können kreaturen auf dem feld tappen um entweder ein schwarzes oder grünes oder farbloses günstiger zu machen diesen spell oder dafür mana zu bezahlen ist der richtige ausdruck das können wir aber nur mit schwarzen oder grünen kreaturen machen oder wir können karten aus dem friedhof exilen um die malerkosten dieser karte günstiger zu machen wir können den aus dem friedhof kasen und ertrampe ja dredge 1 schritt 1 dredge schritt 2 success dann haben wir eine zweite karte noch drin die auch so eine art von finisher ist der ashenrider gut gegen show and tell ich habe bei merside auch keinen platz gehabt deswegen habe ich ein mainboard genommen ashenrider gut gegen show and tell gut gegen irgendwelche anderen komischen sachen die irgendwelche versuchen irgendwelche sich reinzustellen mit einer ensnale bridge oder sonstigen kram einfach eine gute karte 8 mana 5 5 fliegend wenn das spielwerk kommt oder stirbt exilen wir ein anderes permanentes auch länder super super schön super gut dann haben wir die karte mit der wir die karte wiederholen das ist so halt nie nicht im mainboard oder man man hat sie meistens dann im sideboard oder man spielt sie im mainboard das ist in dem fall dread return vier mana wir bringen eine kreature aus dem friedhof zu spiel wir können noch drei kreaturen opfern vom feld und die karte aus dem friedhof kasen wird auf kasen sehr sehr wichtig so dann gucken wir uns mal an wir sind übrigens bei den spells was wir für blaue zauber haben denn wir spielen dieses deck für blau für brainstorm jeder der schon mal legacy gespielt hat weiß brainstorm ist die mächtigste karte in magic nach insel weil insel castet brainstorm und ja sehr sehr starke karte wir ziehen drei karten werfen legen dann zwei karten aus der hand oben auf unser deck stark dabei ist wir können auch drätschen und können drätscher oben drauf legen und die nächsten runde wieder weg drätschen oder wir können sowas die nakomöbe oben drauf legen falls wir die auf der hand gestrandet haben um sie einfach als spielfeld zu bekommen oder wir können müll einfach wegfetschen den wir irgendwo rumliegen haben wenn wir einfach nicht zu unseren dreddschern kommen sehr 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 starke karte hilft dem deck sehr sehr gut dann haben wir einen weiteren card draw spell nasad ist übrigens die hölle mit diesem deck also wenn man gegen nasad spielt die sagt sorgfältige studien für ein blaues ziehen wir zwei karten werfen zwei karten ab so einfach kann das sein das sind natürlich unsere lieblings karten weil wir können damit zweimal dreddschern für bis zu zwölf karten und die danach wieder abwerfen und mit dem nächsten spell wieder zu dreddschern großartige karte eine der besten karten in diesem deck die beste karte meiner meinung nach generell in diesem deck ist breakthrough zu der kommen jetzt spielen wir zwei stück von die kostet ein blaues und x wir ziehen vier karten werfen dann alle bis auf x karten ab super stark weil wir können für zum beispiel zweimal bezahlen um eine karte zu behalten was man tun sollte und ansonsten ist es halt ein dreddsch bis zu 24 und werfe alles wieder ab was du nicht brauchst was auch 24 karten zu dreddsch mit einer karte mit ein bisschen glück da ist der wahnsinn bei einem 60 karten deck sieben starthände hast du die hälfte eines decks in einem friedhof wenn breakthrough resolved und wirklich lucky hittet dann haben wir aber über die gaze davon habe ich vier stück und zwar in der hübschesten version die ich finden konnte für ein blaues mana gucken wir uns die obersten drei karten unseres decks an wir können die ganze halt davon in friedhof legen und den rest um aufs deck für zwei meiner flashback auch hier sehr cool wenn man die in der ersten runde spielt kann man so irgendwie so ein dreddscher reinlegen geht in seinen zweiten zug dreddsch ein bisschen spielt dann breakthrough mit zwei mana dreddsch 25 karten das leben ist einfach göttlich passiert sehr selten wenn es passiert hält einen einfach nicht mehr auf dann hat man einfach fast schon gewonnen dann haben wir schwarze karten ich spiele nicht nur blau ich spiele auch schwarze karten wir haben vier gerber therapy dies für ein schwarzes mana gucken wir die hand eines spielers in der wahl an nachdem wir eine karte gesagt haben und er muss alle karten mit diesem namen abwerfen das können wir uns auch selber spielen zum beispiel drei gaugari grad troll auf der hand haben können wir uns selber die abwerfen oder gegnerische friedhofsaktionen force of bills ekliges combo kram und so weiter und fort und wir können kreatur opfern vorfeld und die aus dem friedhof zu casten hier ist es ganz cool mit dem ich riet man kann halt zum beispiel auch hingehen und kann sagen okay ich riet ende des zuges wird das ding sowieso zerstört kann ich auch damit mal opfern um noch mal die hand anzugucken auch da sehr sehr coole interaktion sehr sehr coole synergie und dann kommen wir zur meiner meinung nach wichtigsten karte des decks bridge from below drei mana enchantment die am feld nichts tut sie hat keinen effekt am feld sollte sie allerdings im friedhof liegen und eine kreatur von uns vom feld auf den friedhof gehen bekommen wir zwei zwei zombie und wenn beim jeden eine kreatur auf seinen friedhof geht wird das ding aus dem friedhof exziert sehr 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 stark damit kann man halt sowas wie hogark und so weiter sehr sehr oft benutzen man kann den zum beispiel opfern mit einem care therapy und kann dann einfach den wieder raus casten weil man kriegt ja dann zwei zombies für ihn wenn man zwei bridges drin hat hat man die beiden schon macht dann dredgt man ein bisschen und dann ist man durch sehr 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 mächtige karte sie enabelt meiner meinung nach die meisten interaktion dieses decks und ohne sie wäre das deck nicht annähernd so stark oder so gut dementsprechend bridge from below key karte super lustiges deck wenn ihr eine budget option davon haben wollt es gibt es auch ohne länder es gibt es auch mit rainbow länder ich habe sehr sehr viele davon auf dem channel guckt euch da mal um wir gucken uns jetzt das sideboard im sideboard habe ich erst mal eine neue karte und zwar filterout da werden mich einen leute doof angucken drei mana super teure karte blackie warum spielst du die filterout ist für drei mana bringen wir alle non creature non land permanence auf die hand zurück als instant das heißt wir können end of turn hingehen können man mit na alles bouncen können unser turn gehen können voll all in gehen und er kann nichts dagegen tun außer er hat irgendwie kreaturen die uns stören sagen wir er hat zwei prison pieces die grave chart haten oder so was wollt ihr machen zwei karten end of turn spielen hoffen dass da irgendwie durchkommt ein spielt eine karte bauen ist alles egal ob es artefakt der verzauberung ist und geht neu an turn und habt spaß filterout ist gut glaubt mir filterout ist gut dann haben wir chain of vapor für ein blaues bringen wir nicht land permanent zurück auf die hand der beherrscher kann einen land opfern um das ding zu kopieren und das macht eigentlich niemand ist einfach nur für ein blaues wir bauen so was ganz gut ist dann snuff out vier mana wird zerstören nicht schwarze kreatur sie kann nicht regeneriert werden können wir für vier leben spielen wenn wir einen sumpf kontrollieren und dann auch ohne mana konstruieren und wir haben halt vier sumpfe drin oder drei drei sehr gute karte als removal gegen so komische containment priest oder sowas richtig ist was man einfach nicht haben möchte dann wir spielen eine menge blau deswegen können wir uns auch einfach mal vier vor so viel im sideboard erlauben fünf mana wir kommen dann spell wir können blaue handkarte abwerfen statt die mana koste bezahlen um leben zu bezahlen wir müssen sie exilen wurde ich neulich darauf aufmerksam gemacht ich sage immer bei denen muss man abwerfen man exilt sie was in diesem deck sogar relativ wichtig ist weil man da nicht flashbacken kann also sehr sehr gut damit können wir gegen kombo und gegen andere hate sachen ganz gut reagieren und gegen andere friedhofs decks können wir auch leyland of the void benutzen vier mana wenn sie auf der startend ist kommt sie direkt ins spiel und wenn eine karte mit einer friedhof in friedhof gehen würde wird sie stattdessen exiliert sehr gute interaktion sehr gut gegen uns und was gegen uns gut ist kann natürlich auch nur für uns gut sein würde ich jetzt sagen ja das war das dredge deck ich liebe dredge ich liebe das dredge deck dredge war mein allererstes legacy decks war nicht def in texas es war dredge und ich finde es einfach genial ich finde es großartig mir gefällt jede version von dredge immer wieder neu sobald eine neue dredge version draußen ist muss ich sie bauen und muss spaß damit haben und bisher habe ich das auch immer gehabt ja es ist ein bisschen glück basierend je nachdem was man dredge manchmal sieht man aus wie der größte vollhonk weil man absolut keine karten dredge aber das ist mir so egal das deck macht wenn es rollt einfach zu viel spaß als dass ich es ignorieren sollte und die wenigsten leute rechnen aktuell mit dredge ist immer die stärke wenn niemand mit dredge rechnet kann dredge auch turniere gewinnen wenn euch das video gefallen hat könnt ihr gerne einen daumen nach oben da lassen den kanal abonnieren wenn ihr mehr legacy und oder openings und blackie talks und erklärungen sache weiter haben wollt die sind aktuell ein bisschen seltener meistens aktuell nur openings und legacy kram aber wenn ihr irgendwas davon mögt könnt ihr den channel auch gerne abonnieren und wir sind beim nächsten mal bis dahin ablexit ciao ciao